Es tauchen für jedes Problem, das Martin Schulz löst, in diesen Tagen prompt zwei neue auf. Gerade hat der SPD-Chef seinen Wunsch-Generalsekretär durchs Präsidium gebracht. Lars Klingbeil, noch keine 40, noch keine Krawatte. Da sagt die Wunsch-Bundesgeschäftsführerin Johanna Uckermann ab. Und die Amtierende, Juliane Seifert, schmeißt hin. Sie fühlt sich durch Schulz bloßgestellt. Machen wir uns nichts vor und ich möchte Ihnen auch hier nichts vormachen. Die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben. Dafür bin ich als Vorsitzender naturgemäß mitverantwortlich. Der Digitalpolitiker Klingbeil soll für Schulz die Erneuerung der SPD organisieren. Ein Parteitag muss ihn noch wählen. Das, was gut war in der SPD, das bleibt. Und das, was nicht gut war, das werden wir gemeinsam verändern. Versprochen hat sich die SPD einen völlig neuen Look. Offener, jünger und vor allem... Weiblicher. 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 Weil aber bisher doch wieder die meisten Jobs an Männer gehen, übt die Bundestagsfraktion den Aufstand. Kampfabstimmung bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten. Gegen Thomas Oppermann, Favorit der Parteispitze, tritt Amtsinhaberin Ulla Schmidt an. Insoweit wird das sicherlich auch in den nächsten Wochen Thema bleiben. Wir haben ja noch viele Positionen, sowohl auch in der Fraktion als auch in der Partei zu besetzen. Die erste Neuerung des künftigen Generals, er twittert seine Handynummer. Zumindest das gab es in Berlin noch nie.